Ja, moin aus Bremen, Michael hier von ApfelTalk. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Es ist ja nun schon ein paar Tage her, dass ich aus Cupertino zurück bin und hier kommt die Arbeit an, so kann man es vielleicht sagen. Apple hat mir freundlicherweise das MacBook Air 15 Zoll zugeschickt in dieser wunderschönen dunkelblauen Farbe. Und das wollen wir in diesem Video ein bisschen genauer angucken und zwar nicht so ein Testvideo machen. Also davon gibt es ja schon genug, habt ihr auch gesehen. Der YouTube-Feed war voll mit Leuten, die das ausgepackt haben und getestet haben. Wir machen was anderes, also auspacken tun wir es natürlich logischerweise auch. Das mache ich jetzt auch gleich für euch. Aber dann machen wir was anderes damit und das zeige ich euch in diesem Video. Also viel Spaß. Ja, Apple hat auf der Keynote zur WWDC ja richtig viel Hardware rausgehauen. Einen MacBook Air mit 15 Zoll Bildschirm, genauer gesagt 15,3 Zoll und einen neuen Mac Pro mit M2 Ultra in der Maximalausstattung und auch einen neuen Mac Studio mit M2 Ultra in der Maximalausstattung. Also wirklich mal richtig viel Geräte. Das ist ungewöhnlich für eine WWDC. Auch wenn wir alle das MacBook Air mit 15 Zoll ja erwartet haben. Es war ja schon lange darüber spekuliert worden, dass Apple einen mit größerem Bildschirm rausbringt. Ja, und nun ist es da freundlicherweise von Apple als Testgerät. Wie immer inzwischen muss man sagen, nicht mehr foliert, wie es so schön heißt, also nicht mehr in Plastikfolie eingeschweißt, sondern alles in Pappe und Papier und hier mit diesen wunderschönen Klebestrips, die man so aufziehen kann. Das machen sie inzwischen bei all ihren Geräten. Finde ich gut. Macht es irgendwie, hat man das Gefühl, es ist umweltmäßig okay, was sie machen. Karton auf, einmal dran schnüffeln, Reminiszenz an Yespy. Und ihr kennt diese Kartons natürlich, da liegt es in Papier. Das ist auch so Butterbrotpapier eingepackt, das Gerät an sich. Guck mal sofort drauf und natürlich hier ein Netzteil in weiß, 35 Watt mit zwei Ports und dieses wunderschöne geflochtene Kabel, passend in der Farbe zum Gerät. Also in diesem Fall, es wirkt hier, ich weiß nicht, wie ihr das seht, also ich sehe, es sieht für mich mehr so grau-blau aus. Ich packe es jetzt nicht aus, weil tatsächlich habe ich so ein Kabel ja schon von meinen anderen MacBooks und das kriegt man nie wieder so eingeparkt und ich muss das Gerät ja irgendwann zurückschicken. Was schade ist übrigens, dass Apple nicht auch inzwischen farbigen Netzteile anbietet. Wie schön wäre das, wenn das Netzteil in derselben Farbe wäre. Aber die sind immer noch im klassischen weißen Kunststoff gehalten und hier natürlich Aufkleber und so weiter kennt ihr schon. Also die Dokumentation. Jetzt zum Gerät. Unterm Rotpapier ab. Ich hoffe, ich kriege es auch jemals wieder drauf. Und da ist er. Unser MacBook Air, man kann ihn kaum sehen. Schön in diesem Midnight Blue. Also in der Kamera wirkt es jetzt ein bisschen, als sei es schwarz oder dunkel, also dunkles Anthrazit. Aber es ist tatsächlich blau und wenn man ihn aufmacht, ist noch so ein Papier drin und er geht gleich an. Habt ihr gehört, ne? Die sind inzwischen so konfiguriert, dass wenn du den aufklappst, auspackst, dann geht er an. Natürlich wird er geliefert noch mit der jetzt aktuellen macOS-Version, aber selbstverständlich ist er natürlich kompatibel zu Sonoma. Das ist ja eine kleine Frage, aber im Moment läuft noch Ventura darauf. Ich richte den jetzt ein. Das brauche ich euch nicht zeigen, glaube ich. Das kennt ihr schon. Und was machen wir damit? Ich habe mir gedacht, Tests gab es genug. Ich glaube, Benchmarks bis sonst wo in alle möglichen Leute haben den schon gebenchmarked. Das haben wir ja auch gemacht mit dem Vorgänger, mit dem 13 Zoll MacBook Air aus dem letzten Jahr. Das Video habe ich euch mal oben verlinkt. Ich werde mit diesem Ding jetzt in den Zug steigen und nach Hamburg fahren. Und in Hamburg setzen wir uns schön in einen Kaffee, an die Alster vielleicht, trinken ein Käffchen und wir benutzen das Ding einfach mal. Wir benutzen ihn einfach mal und ich berichte euch, was so passiert, wenn man sich das anguckt. Was mir jetzt schon auffällt, größeres Trackpad, habt ihr vielleicht in den anderen Videos auch schon gesehen. Tastatur ist natürlich in schwarz, passt sich aber wunderbar zu diesem dunklen Design an. Und ich finde, ein dunkler Laptop ist auch mal wieder schön. Könnt ihr ja anders sehen, es gibt ja auch verschiedene Farben, aber ich finde diesen Farbton besonders schön. Okay, also ich springe jetzt in den Zug nach Hamburg und dann schauen wir mal, ob wir da so ein bisschen was arbeiten können mit dem Gerät. Und ich berichte dann. So, ihr seht mich am Bremer Hauptbahnhof und da hinten. Und der Witz ist, ich habe mich spontan umentschieden, nicht nach Hamburg zu fahren, weil ich am Montag sowieso da hinfahre. Deswegen gehen wir jetzt an die Weser und ein bisschen in die Bremer City, ist ja auch alles viel schöner und näher dran. Und gucken uns das MacBook Air da an. Ich glaube, das wird auch gut funktionieren. Also, wir sehen uns an der Weser. Eins muss man aber schon mal gleich als erstes sagen. Die direkte Sonneneinstrahlung hier bei diesem wirklich wunderschönen Tag in Bremen sorgt dafür, dass das Gerät ziemlich warm geworden ist. Ich weiß nicht, ob sich das auf die Arbeitsgeschwindigkeit auswirkt. Das habe ich natürlich nicht getestet. Es hat mich auch nicht davon abgehalten, auf dem Gerät ein bisschen was zu schreiben. Das T-Shirt, was ich da übrigens anhabe, könnt ihr bei uns im Shop kaufen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Das nur so als kleine Werbung am Rande. Es gibt aber einen Nachteil, wenn man so mitten in der prallen Sonne sitzt und arbeitet. Das seht ihr hier. Der Bildschirm ist auf volle Helligkeit gestellt und durch diese extremen Kontraste, also die Sonne kommt jetzt direkt von hinten, sieht man praktisch nichts auf dem Bildschirm. Das ist natürlich schon ein extremes Lichtverhältnis. Das ist wahrscheinlich nicht immer so. Also so kann man dann damit nicht arbeiten. Im Sonnenlicht sieht man mehrere Dinge. Zum einen kommt die schöne Midnight blaue Farbe hervor. Das macht sich immer bemerkbar. Übrigens, das sind fast alle Anschlüsse, die das Gerät hat. Auf der anderen Seite ist noch der Kopfhöreranschluss. Also die wunderschöne Farbe, Midnight Blue oder Midnight Blau, kommt hervor. Man kann sie wunderschön erkennen, aber man erkennt noch etwas auf dem Gerät. Und das seht ihr hier auf diesem Bild sehr deutlich. Die ganzen Flecken. Also natürlich meine Schweißhände. Und ich kann gar nicht sagen, wo das alles herkommt. Also ich habe ihn jetzt nicht wirklich im Dreck oder so liegen gehabt. Er war in einer Transporttasche die ganze Zeit. Aber die dunkle Farbe macht es halt möglich, dass man sowas damit erkennt. Also wenn das stört, der sollte vielleicht auf eine andere Farbe ausweichen. Denn ihr seht die Flecken. Also ich habe jetzt auch nicht wirklich geputzt. Aber die Flecken sind dann doch schon sehr störend, wenn man auf ästhetische Aspekte bei seinem MacBook auch noch Wert legt. Und ja, dann bin ich jetzt noch schnell ein Käffchen trinken gegangen in der Bremer Innenstadt. Ihr seht, am Samstag Nachmittag ist da doch erheblich was los. Aber für ein Eis hat es gerade noch gereicht. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch mal in die Augen. Und dann gibt es noch mal mein Fazit zum MacBook Air mit 15 Zoll. Ja, schon bin ich wieder zu Hause. Ich muss noch mal eben die Haare richten. Es ist ja doch relativ warm draußen. Warum teste ich eigentlich MacBook Airs immer an den heißesten Tagen im Jahr? Hier sind es gerade fast 30 Grad. Das war letztes Jahr schon so, als ich das MacBook Air mit 13 Zoll und M2 getestet habe. Da war es auch der heißeste Tag des Jahres. Naja, egal. Hat auch Vorteile, denn wir konnten ein paar Sachen ausprobieren. Also, ihr könnt euch vielleicht mein Fazit denken. Ich reihe mich da in eine lange Reihe von YouTubern ein, die das Ding ja auch schon in den Händen hatten. Es ist ein klasse Computer. Auf jeden Fall. Da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Aber ein paar Punkte müssen doch angesprochen werden, die mich jetzt konkret gestört haben. Wäre vielleicht zu viel gesagt, die sozusagen so ein bisschen meinen Workflow gebremst haben. Aber zunächst mal zu den optischen Aspekten. Das habt ihr ja eben schon bei den Bildern gesehen. Zumindest in der Farbvariante, die ich habe, sind natürlich Flecken praktisch sofort zu sehen. Meine Schweißhände und keine Ahnung, wo der ganze Staub herkam. Ja, er lag einmal im Gras, habt ihr gesehen. Aber das kann ja nicht dafür sorgen, dass es so vollstaubt. Naja, also das muss man wissen, wenn man sich für Midnight Blue entscheidet. Sonst, wenn ihr das jetzt wisst, könnt ihr ja vielleicht einen in diesen wunderschönen Starlight oder einfach nur in Silber nehmen. Was tatsächlich mich nicht stört, sind die wenigen Anschlüsse, bis auf eine Tatsache. Also kommen wir mal zu den Anschlüssen. Habt ihr ja gesehen, er hat zwei Thunderbolt-Buchsen und den bekannten MagSafe-Port oder inzwischen wieder bekannten MagSafe-Port. Und auf der anderen Seite einen Kopfhöreranschluss, für den ich sehr dankbar bin, dass Apple den immer noch verbaut. Was er nicht hat, und das ist der einzige Anschluss, der mir da fehlt, ist ein SD-Kartenreader. Aber das ist ja klar, beim Gerät, das so dünn ist, passt der einfach nicht rein. An den habe ich mich richtig gut gewöhnt bei meinem MacBook Pro mit M1 Max und 16 Zoll. Da ist ja einer drin und der hat mir jetzt zum Beispiel im Cupertino gute Dienste geleistet, weil ich direkt aus der Kamera die SD-Karte da reinschieben konnte und fertig. Aber gut, irgendwas ist immer. Das war der Grund, warum ich eben gesagt habe, das hat mich so ein bisschen in meinem Workflow gebremst, weil ich tatsächlich eigentlich die Aufnahmen, die ich gemacht habe, eben gerade an der Weser, direkt einspielen wollte in das MacBook Air. Aber das ging nicht. Also kein Slot da und ich hatte jetzt auch keinen externen Kartenleser dabei. Das müsste man dann mitnehmen oder die Kamera über USB-C anschließen. Ich hatte auch kein USB-C-Kabel dabei. Ansonsten gibt es an dem Gerät eigentlich nichts auszusetzen. Ich habe absichtlich keine Benchmarks gemacht. Wie gesagt, haben wir ja beim letzten Mal gemacht. Klar, bei der Hitze, da wird er wahrscheinlich runterbremsen ein bisschen, um einfach die Wärme da abzuführen, wenn er schon durch die Sonne so warm wird. Das ist ja dann praktisch logisch, dass er dann auch langsamer wird. Aber wie gesagt, das fällt eigentlich gar nicht auf. Was übrigens auch nicht auffällt und aus meiner Sicht, und vielleicht bin ich da der Einzige, ist, dass es nur ein 60-Hertz-Display ist. Im Gegensatz zum MacBook Pro mit M1 Max und 16 Zoll, was ich hier zum Vergleich habe, der hat 120 Hertz. Das macht sich zum Beispiel, kann man das mit einer Browser-App wunderbar testen. Und für mich oder mir fällt das kaum auf. Aber das liegt vielleicht nur an mir. Für mich ist das eine technische Spezifikation, die in meinem Alltag nicht relevant ist. Und die auch nicht, wenn es ums Geld geht, und natürlich geht es bei so teuren Geräten immer ums Geld, wenn das die einzige Entscheidung wäre oder der einzige Grund, ein Gerät mit einem MacBook Pro zu kaufen, dann würde das für mich nicht in Frage kommen. Dann würde ich das eher nehmen. Eine Kaufempfehlung mag ich so ungern abgeben. Ich werde auch oft danach gefragt, würdest du dieses oder jenes Gerät kaufen? Möchte ich ungern tun. Wenn ich nochmal vor der Wahl stünde, ein Gerät mit einem großen Bildschirm zu kaufen, sagen wir es mal so, also wenn ich nochmal zwischen der Wahl von einem 16 Zoll MacBook Pro mit M1 Max oder M2 Max jetzt stehen würde oder eben diesem MacBook Air mit 15,3 Zoll, dann würde ich mich sehr wahrscheinlich für das MacBook Air entscheiden. Dass der keinen SD-Karten wieder hat, geschenkt, da kriege ich eine Lösung hin. Ja, was findet ihr denn oder was haltet ihr denn von dem Gerät? Schreibt es doch mal gerne unten in die Kommentare. Welche Konfiguration würdet ihr denn kaufen? Und natürlich welche Farbe? Oder sind euch Flecken? Egal. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare und lasst ein Like und ein Abo da. Macht's gut. Tschüss.